Niklas mit 15 Euro, meine Freundin, hat letzte Woche Schluss gemacht und mich leider seitdem komplett... Ja, Niklas, erstmal natürlich danke für deine 15 Euro, aber ob deine Freundin dich verlassen hat oder nicht, drauf geschissen, spuck der Alten ins Gesicht, also nicht wörtlich, sondern jetzt bildlich für dich so, spuck der Alten ins Gesicht, für dich, machst du eine Woche, trauerst du, danach, Digga, buff buff, eine andere und gut ist. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Bruder. Na, Alten hinterher heulen, vertrau mir, Digga, weil die macht abends darauf, sich den hier, ah ja, ich bin so geil, der läuft mir hinterher. Du, das gibt der Alten nicht die Genugtuung und Trauer hier hinterher, egal ob verliebt und so, scheiß auf sie. Damit, wenn du ihr ins SMS schreibst, oh Schatz, können wir nicht nochmal reden, damit gibst du ihr nur Genugtuung und das nächste Mal, wenn sie den hier bekommt, fühlst du dich noch geiler dabei. Leben geht weiter, Bruder. Gib viele Mütter mit schönen Töchtern. Und leider Gottes ist es so und anscheinend ist es ja bei dir jetzt so, sie war jetzt nicht die eine Perle unter den 100 Muscheln, aber die zu finden ist auch extrem schwer. Also mit Verhütung, alles drumherum, ist klar, bums ein bisschen rum und genieß dein Leben, Digga. Fick einfach ein bisschen rum. Das tut dir gut, Digga, glaub mir. Aber natürlich immer mit Gummi, ist klar. Fick einfach ein bisschen rum. Fick einfach ein bisschen rum. Fick einfach ein bisschen rum.